Applaus Ja, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Österreicher und Österreicherinnen, das ist wirklich ein außergewöhnlich bewegender Moment. Es ist einfach großartig zu sehen, wie viele Menschen sich mit unseren Idealen, mit unseren Werken, mit unseren Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes identifizieren. Und ich kann euch sagen, es ist für mich persönlich auch unglaublich motivierend, wenn man da vorne steht, zu wissen, wie viele hinter einem stehen. Und ja, ich denke, alle von euch spüren, dass es diesmal wirklich ums Ganze geht, dass es um eine richtige, richtige Entscheidung geht, dass es um eine zukunftsweisende Auseinandersetzung geht, die wir in den nächsten Wochen zu schlagen haben. Es wird eine Auseinandersetzung sein, ob der Erfolg, den wir in unserem Land gemeinsam erarbeitet haben, tatsächlich den vielen zugute kommt oder nur einigen wenigen. Es wird eine Auseinandersetzung darüber sein, ob wir unser Land gerecht und sozial sicher modernisieren können oder ob sich wieder die Lobbyisten durchsetzen werden. Und es wird eine Auseinandersetzung sein, die daran geht, ob wir das Verbindende, das gemeinsame Stärken oder das Trennende in den Vordergrund rückt. Und für uns bietet das die Chance, in den nächsten Wochen zu demonstrieren, auf welcher Seite wir stehen und welche Weltbilder wir vertreten. Und wenn wir diese Auseinandersetzung führen, dann muss uns klar sein, dass es eine Auseinandersetzung wird, die kein Spaziergang wird. Und dass auf der anderen Seite politische Konzeptionen entstehen, die so gar nicht uns reingesprechen. Es geht gegen ein Weltbild, wo jene sich durchsetzen möchten, die glauben, dass der Wert eines Menschen von seinem Kontostand abhängt. Es geht gegen ein Weltbild, das meint, dass man sich Politik kaufen kann. Und meine lieben Freunde und Freundinnen, wir haben die Chance, zu beweisen, worum es wirklich geht. Dass wir nämlich gemeinsam mehr erreichen können und dass es in Österreich zu Recht so ist, dass alle die Chance auf ein geglücktes Leben bekommen müssen. Und es geht darum, dass wir das Prinzip durchfechten und dafür brennen und rennen, dass wenn jemand zu Boden geht, nicht die anderen auf ihn drauf treten, sondern ihm wieder aufhelfen. Weil unser Grundprinzip ist dem noch nie gewesen, dass der, wer hat, bekommen soll. Sondern der, der hilft, dem soll gewolfen werden. Manche nennen das Nächstenliebe. Für uns ist das Solidarität. Ein Grundwert, den wir seit 128 Jahren leben. Aber was wir gerade erleben, ist, dass manche durchs Land gehen und glauben, sie können sich unser Österreich so aufteilen, wie sie das schon einmal gemacht haben. Es ist dieselbe Hochmütigkeit, die schon 2000 geherrscht hat. Wo Lobbyisten und Meinungsmacher, wo ihre Finanzierstimmung machen und meinen, diese Wahl ist doch schon gelaufen. Es sind jene, die der besten Zeit ihres Lebens nachtrauern, die heute noch auf Wolfgang Schüssel große Stücke halten. Die meinen, dass der Wunderknabe Karl-Heinz Grasser ein Segen für dieses Land gewesen ist. Die der U-Ber-Partie hemmungslos verfallen sind. Jene, die heute noch an dem politischen Grundsatz des Spitzenexponenten Walter Maischberger glauben, wo war meine Leistung. Liebe Freunde, wir werden Ihnen klar machen, in aller Deutlichkeit, dass Sie sich zu früh freuen. Wir werden dafür rennen und wir werden dafür brennen. Wir treten an, mit dem Anspruch Nummer 1 zu werden. Und wir treten dafür an, dass es heute losgehen soll, dass wir für ein erfolgreiches, sozial sicheres Österreich stehen. Ja, dass wir den harter Wahlkampf werden. Und wir sehen ja schon, die bunten Plakate, die schönen Luftballons, die schrillen Sprüche. Aber eins könnt ihr mir glauben, in den vergangenen 15 Monaten habe ich eine Lektion gelernt, dass viele in der Politik so reden und anders handeln, dass Dichtung und Wahrheit in einem ordentlichen Widerspruch zueinander stehen. Und wenn wir gehört haben, in den letzten Wochen, es geht um einen neuen Stil, es geht darum, dass niemand angepatzt wird, dann habe ich mir gedacht, das ist doch eine gute Idee, genauso soll es sein, genauso muss es in der Politik zugehen. Machen wir doch einen Wettbewerb um die besten Ideen. Deshalb haben wir unseren Plan A vorgelegt, ein richtungsweisendes Konzept, um Österreich in den nächsten 10, 20 Jahren wieder an die Spitze Europas zu bringen. Es geht um soziale Sicherheit, es geht um eine faire Wirtschaft. Ja, reden wir doch da. Aber was ist dann passiert? Wir haben einen Trommelfeueramt unter Griffen erlebt. Wir haben erlebt, dass Journalisten unter Druck gesetzt worden sind, dass Mitarbeiter unserer Organisation, unserer Wahlkampagne unter Druck gesetzt worden sind, dass Familien, die in den Wahlkampf hineingezogen worden sind, dass die Hackel tief geflogen sind und das Lügen an der Tagesordnung stammt. Und ich habe bis jetzt kapiert, was das eigentlich auf sich hat mit dem neuen Stil und mit dem Nicht-Anpatsen. Nein, es geht nicht ums Anpatsen. Offenbar geht es einig darum, andere komplett einzudunken, so richtig fertig zu machen. Und ich muss euch sagen, ich finde es bemerkenswert, dass manche solche Sprüche klopfen, da das Gegenteil tun. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die Österreicher und Österreicherinnen nicht für blöd verkaufen lassen. Und dass die drauf kommen werden, was sich da abspielt. Und ich bin davon überzeugt, dass sich gegenüber den Menschen in unserem Land Ehrlichkeit auszeugt und ehrliche Politik. Und dass sie genau das am 15. Oktober wählen werden, nämlich unsere Politik. Aber ich möchte euch dazu sagen, ich persönlich bin davon nicht berührt, ich halte das schon aus, weil wer in die Küche geht, der muss auch ein bisschen Hitze vertragen. Das ist so. Aber wenn die, die eigentlich, und sagen wir es wie sie ist, seit 15 Monaten eine Dirty Campaigning-Kampagne führen, die versuchen, Politik zu verhindern und nicht zu Wege zu bringen, dann bei der ersten kritischen Journalistenfrage zu jammern beginnen, dann ist das richtig schwach. Und ich kann euch sagen, wer das schon für eine Krise hält, der hat keine Ahnung, welche Prüfungen das wirkliche Leben parat hält. Aber im Ernst. Aber im Ernst. Ich mache mir wirklich Sorgen und ich denke, wir müssen aufpassen, dass unser Land nicht in die falsche Richtung abbiegt. Weil wir haben erlebt, wenn die politische Kultur erst einmal zerstört ist, wohin das führen kann. Wir haben das gesehen am Beispiel des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten. Wir erleben das gerade jetzt in Ungarn. Und es kann nicht sein, dass wenn Journalisten ihren Job machen, dass man die politische Kultur zerstört mit solchen Kampagnen, dass man aus zynischem Kalkül Persönliches in eine Wahl auseinandersetzung, in eine politische Auseinandersetzung führt. Das lehnen wir ab. Das werden wir nicht machen. Bei mir ist es wichtig, dass wir eine Politik machen, die ich von meinen eigenen Kindern verantworten kann. Und ich kann euch sagen, das ist mir wichtiger. Das ist mir auch wichtiger, als jedes Prozentpunkt ein Stimmen, das wir möglicherweise gewinnen können. Hier geht es um Grundsätzliches. Ich habe die vergangenen Tage und Wochen genützt, um intensiv durch Österreich zu ziehen. Wir sind durchs ganze Land gekommen, sind in allen Bundesländern gewesen. Und das war eine wirklich durchaus inspirierende Erfahrung. Weil ich auch überzeugt bin, dass Politik nicht hinter Polsterbüren stattfinden darf, sondern dort stattfinden muss, wo die Probleme sind, wo die Menschen ihre Erwartungshaltungen haben, wo sie ihre Hoffnungen in den Luft setzen und wo es darum geht, dass wir diese Verantwortung übernehmen. Und es ist auch aus unserer Sicht klar, dass wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen immer darauf Wert gelegt haben, dass es uns nicht um die Macht geht, nicht um die gemütlichen Sesseln, sondern unser Plan und unsere Bestimmung war immer, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verändern. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir verstehen, dann müssen wir verstehen, wo der Schuh drückt und wo die Probleme wirklich sind. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen das spüren, wie das ist, wenn eine Pensionistin mit einem Kind im Rollstuhl 900 Euro im Monat bekommt und davon über die Runden kommen muss. Wir müssen das spüren, wie das ist, wenn Frauen im selben Betrieb arbeiten, dieselbe Leistung erbringen wie Männer und trotzdem um 20 Prozent weniger verdienen. Und wir müssen das spüren, Und wir müssen das spüren, wie das ist, wenn eine Krankenpflegerin, ein Busfahrer, ein Bauarbeiter, vielleicht eine Kellnerin, die den 50er schon am Rande des Möglichen ausgebaut hat, zu hören bekommt, ja du, für dich ist nicht genug da, du wirst eines Tages bis 70 arbeiten müssen. Und wir müssen das spüren, wie das für unsere Jungen ist, die ein Studium abgeschlossen haben, die auf die Jobsuche gehen und am Ende dann wiederum nur Praktika bekommen und Arbeit, je nachdem, wann der Bedarf da ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nur wenn wir das verstehen und tief empfinden, dass wir dann auch die richtigen Antworten finden können. Und es hat kein Sinnprobleme zu verdrängen, Wahrheiten und Realitäten zu ignorieren. Ich habe so wie viele von euch auch Hausbesuche gemacht und war mit den Freunden in St. Köln unterwegs. Und habe dort an einer Türe geklopft und dort ist ein Bärchen in einem schönen Haus mit einer Garage und einem Auto darin und zwei Kinder gewesen, die dort gewohnt haben, die haben die Türe aufgemacht und wir haben da diskutiert, was dem so alles anliegt. Und er war ein Beamter, sie ist selbstständig gewesen, ein kleines Unternehmen gehabt mit zwei Mitarbeitern. Und die hat mir erzählt damals, vor wenigen Wochen war das, naja, sie versteht schon, wir müssen helfen, wenn jemand flieht aus Krieg und Zerstörung. Aber letztens hat sie am Badeteich jemand gesehen, wo sie gedacht hat, der gehört da nicht daher und sie hat sich selbst dabei ertappt, wie sie Angst hatte und sich gefragt hat, was ist das eigentlich, sind wir da noch sicher? Und der Punkt ist, wir müssen Lösungen dafür suchen, für diese Ängste und wir müssen sie verstehen und wir können nicht mit Statistiken darauf antworten und wir können ihnen noch nicht sagen, diesen Menschen die Angst haben, du brauchst einfach keine Angst, aber es ist ja alles im besten Ort. Weil das ist das, was uns unterscheidet, nicht den Menschen nach dem Mund reden, aber Lösungen zu schaffen für die Probleme, die Ängste und Sorgen, die da sind, das ist unsere Bestimmung, weil wir gewinnen mit den Lösungen, wir gewinnen mit den positiven Antworten und das Angst machen, das müssen wir den anderen überlassen. Als ich die Gelegenheit hatte, vor 15 Monaten meinen Beruf zu wechseln, also eine Unternehmenskarriere in die Politik zu wechseln, habe ich mir damals sehr gut überlegt, was kann eigentlich mein Beitrag sein, was kann man eigentlich für das Land tun und warum glaube ich eigentlich, dass ich an dieser Stelle der Richtige bin. Und als ich mir das überlegt habe, ist mir meine eigene Biografie und mein eigenes Leben durch den Kopf gegangen. Und alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, hat damit zu tun, dass Politik Menschen die Chancen geöffnet hat. Das ist in den 70ern gewesen. Das war die Politik von Bruno Kreisberg. Ich war der Erste in der Familie, die maturiert hat, später dann der Erste, der auf die Universität gehen konnte. Und was dahinter gestanden ist, das war der unermüdliche Antritt meiner Eltern, dafür zu sorgen, dass ihr österreichischer Traum realisiert wird, dass ihr Lebenstraum realisiert wird. Ein Lebenstraum, dem sie alles gewidmet haben. Jeden Abend, mit jedem Tropfen Herzblut dafür gekämpft haben, dass es mir und meiner Schwester eines Tages besser geht. Und die Geschichte meiner Eltern war auch damit geprägt, dass man damals gewusst hat, ich arbeite, ich leiste was, Österreich hat Erfolg, ich leiste meine Arbeit und am Ende werden wir alle gemeinsam weichern. Aber was passiert ist, seit der Finanzkrise, die wir erlebt haben, seit rund acht Jahren, ist, dass viele Menschen in Österreich zu zweifeln begonnen haben, dass dieser Lebenstraum für viele kein realistisches Ziel mehr gewesen ist. Und diese Sorgen, auch die müssen wir ernst nehmen, weil das war ja nicht Einbildung, das war ja Realität, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, dass die Einkommen der Menschen mit der Inflation nicht standhalten konnten, und dass die Sorgen, wie es weitergeht, gewachsen sind. Und deshalb war es mir so wichtig, in den letzten 15 Monaten dafür zu sorgen, dass Österreich wieder in die Spur kommt. Während andere gejammert haben und unser Land krank gejammert haben, haben wir gesagt, wer das Land liebt, wer Österreich liebt, der redet es nicht krank, der packt an. Und wir haben erfolgreich gezeigt, was in diesem Land steckt, welches Potenzial Österreich hat und welche Chancen es gibt. Und während wir vor 15 Monaten noch hinterher gehinkt sind, sind wir heute beim Wirtschaftswachstum zum Beispiel besser als Deutschland und an der Spitze der Eurozone. Und Wirtschaftswachstum heißt Einkommen. Das bedeutet sichere Arbeit, bessere Löhne, bessere Einkommen. Und wenn wir uns anschauen, was mit der Arbeitslosigkeit passiert ist, obwohl die Wirtschaftsforscher damals gemeint hat, es wird weitergehen, dass es gesteigt, ist eine richtige Trendwende gelungen. Wir haben mehr Jobs denn je und glücklicherweise ist es gelungen, dass die Arbeitslosigkeit wieder sinkt. Das war das Ergebnis einer aktiven Politik. Konsequent dafür zu sorgen, dass die Politik handelt und nicht zuschaut, wenn Not am Mann ist und wenn sie angesagt ist. Und was wir getan haben, und dass wir dafür gesorgt haben, dass in dem Land wieder investiert wird, dass es die öffentliche Hand tut, in effiziente Verkehrswege, in schnelles Internet, in beste Bildungsinfrastruktur und wir haben die Privaten motiviert, hier mitzuziehen und ihre Beiträge zu leisten. Und gemeinsam mit der Steuerreform, die mein Vorgänger, Werner Feiermann, auf den Weg gebracht hat, können wir feststellen, wir haben nicht gewartet, wir haben dagegen gehalten, wir verlassen uns nicht auf die unsichtbare Hand des Marktes, sondern wir machen Politik im Interesse der vielen. Das ist kein Geheimnis, aber diese Trendwende, die jetzt passiert, ist natürlich auch eine Trendwende in der Politik, die wir vorgenommen haben. Wir haben eine lange Liste von Maßnahmen, 200 an der Zahl, die wir gemeinsam mit unseren Abgeordneten und Initiativen umgesetzt haben. Und wenn wir sehen, dass Österreich erfolgreich wird, dann ist es ganz bewusst und entscheidend wichtig, dass sich die Lebensverhältnisse der Menschen da auch spürbar zum Besseren entlang. Aber für viele ist das, was ich da erzählt habe, Wirtschaftswachstum und so weiter, alles was man da so hört, oft einmal sehr abstrakt, es kommt noch nicht bei den Menschen an. Und die 95 Prozent, die ihre Beiträge leisten, die arbeiten gehen, die die Kinder großziehen, die sich in der Gemeinschaft engagieren, haben heute noch nicht den Eindruck, dass dieser Aufschwung auch bei ihnen angekommen ist. In der Firma Konto, im Gesundheitssystem, in den Schulen, im Bereich der Sicherheit. Ja, wir sind auf einem richtigen Weg, aber da ist noch viel zu tun. Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, was da passiert ist in den letzten Monaten, dann sieht man eins ganz bemerkenswert, die Börsen haben neue Rekorde erreicht, die Dividenden wurden um 30 Prozent erhöht, aber die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer sind nur um ein halbes Prozent gestiegen. Und das ist genau die Verpflichtung, die wir haben, dafür zu sorgen, dass die vielen, die 95 Prozent, die Mittelschicht in diesem Land von diesem Aufschwung und diesen Erfolgen einen ehrlichen Anteil bekommen. Und als wir diesen Wahlkampf begonnen haben und gemeint haben, die Menschen sollen bekommen, was ihnen zusteht, hat es viel Kritik gegeben. Es sind viele gekommen und haben gesagt, boah, das ist ja Klassenkampf. Was wollten die Roten da? Aber liebe Freunde und Freundinnen, das ist natürlich völlig auf dem Sinn. Das ist nicht links, das ist nicht rechts, da geht es um Gerechtigkeit und Fairness. Und was mich am meisten stört, das ist der Leistungsbegriff, der da oft die öffentliche Diskussion dominiert. Wenn man das sich anhört, glaubt man ja, nur die Leistungsträger, das sind die, die jeden zweiten Tag durch die Seitenblicke springen. Oder die, die in der Motorjagd irgendwo am Meer gebunkert haben. Aber die Wahnleistungsträger in unserem Land, die tragen die blaue Arbeitsmutter, die tragen den weißen Laborantenkittel, die tragen die weißen Krankenschwesterhauben, die tragen Uniformen, wie die Polizei oder die Feuerwehr, und vor allem die tragen mit den vielen Angestellten und Klein- und Mittelbetrieben unser Land. Und es sind genau die, für die wir Politik machen. Und die müssen wir in die Mitte unserer Politik und in die Mitte unserer Gesellschaft holen. Weil diese Wahlauseinandersetzung wird ganz stark darum gehen, und die Frage, wer steht auf welcher Seite. Und was wir da beobachtet haben, ist ja ganz bemerkenswert, was sich da tut. Ich habe es ja erlebt, dass da einige gekommen sind, gemeint haben, naja, gutes Konzept, gefällt mir gut, ich öffne meine Brieftasche, ich spende da Geld, viel Geld, große Summen. Und für diese Spende ist es so, so wie es jetzt ausschaut, dass sie das Geschäft in ihrem Leben damit machen. Man spendet ein paar Millionen und bekommt ein paar Milliarden zurück. Ich habe ganz genau das Wirtschaftsprogramm der ÖVP gelesen. Und es ist mir nicht entgangen, dass die größte Steuererleichterung 4,5 Milliarden Euro in die Tasche der Großunternehmen fließen soll. Für die würde das eine Halbierung ihrer Steuersätze bedeuten, was da vorgeschlagen wird. Das ist doch ein gutes Geschäft, oder? Und wir haben uns ganz bewusst einander setzten. Weil ich kann euch sagen, ich bin 20 Jahre lang in der österreichischen Wirtschaft gewesen. Habe ein großes Netzwerk, kenne im Wesentlichen alle, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und natürlich war es auch so, dass am Beginn unserer Wahlkampagne da einige zu mir gekommen sind und gesagt haben, naja, wir sind schon bereit, eine Wahlkampagne zu unterstützen. Da könnten wir schon was machen. Wir wären auch großzügig. Und ich habe die dann gefragt, naja, es käme uns schon lang, aber dass du ein in der Wolle gefärbter, ideologisch gefestigter Sozialdemokrat bist, das mein Ganner. Natürlich sind die das nicht. Aber diese Gespräche nehmen dann immer einen interessanten Verlauf, weil die haben dann meistens 1, 2, 3, 4 gute Vorschläge. Und das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen keine Großspenden an, weil wir wollen nicht... Applaus 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 Weil wir wollen nicht jeden verpflichtet sein, die meinen, dass man sich Politik kaufen soll, sondern die Einzigen, denen ich verpflichtet sein möchte, das sind die Österreicher und Österreicherinnen. Applaus 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 Liebe Freunde und Freundinnen, Applaus 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 können, was man alleine nicht schaffen kann. Ich lebe mein Leben so, wie er auch. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht mehr wert bin, als jeder andere. Ich kümmere mich um einen Nächsten und wenn mein Nachbar ein Unglück hat und Hilfe braucht, dann bin ich da, um ihm zu helfen. Wenn es Probleme gibt, dann schaue ich nicht weg. Wir sind keine Gewissen. Wir sind keine Gesellschaft, in der sich jeder selbst der Nächste ist. Wir sind Teil einer Familie, Teil einer Gemeinschaft, Teil eines Landes, wir sind Teil Europas, wir sind Teil der Welt, wir sind Teil der Menschheit. Und ich weiß, dass ich diese Haltung mit der überwältigenden Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen teile, weil für uns alle gilt, wir sind ein Lacht, ein stolzes, ein patriotisches Österreicher. Das ist unsere Haltung und genau das ist unsere Verantwortung. Und das unterscheidet uns auch, weil was wir wollen, ist ein Land, in dem die Hoffnung siegt, in dem die Menschen Zuversicht haben und nicht ein Land, in dem Ängste und Verzweiflung genährt werden. Und ich darf euch eines bitten, stellt euch nur einmal vor, schließt vielleicht die Augen und stellt euch vor, wenn wir wieder so eine Regierung hätten, wie wir das schon sieben Jahre lang in unserem Österreich haben. Und dann fragt euch, wird dann der Zugang zu leistbarer Gesundheit für alle ein Wert sein? Nein, ich glaube das nicht. Und dann fragen wir uns, ob es wichtig sein wird, dass jedes Kind die beste Bildung bekommt, auch wenn die Eltern dafür nicht zahlen können. Nein, auch das haben wir gelernt. Und dann fragen wir uns, kämpft da noch jemand für Arbeitsplätze, von denen die Menschen leben können? Wohl kaum. Und die nächste Frage ist, wird dann soziale Sicherheit in Zukunft erhalten bleiben in unserem Land? Auch da darf man Zweifel haben. Und liebe Österreicher und Österreicherinnen, deshalb bitte ich euch, erinnert euch zurück, wie das eigentlich damals war. Und viele von euch werden noch wissen, dass damals Milch und Honig versprochen worden sind und geblieben ist ein Scherben auf. Und jetzt kommen die Selten noch einmal und sagen uns und erklären uns und plakatieren uns, gebt uns doch noch einmal eine Chance, vertraut uns doch noch einmal. Aber ich sage euch, erinnert euch daran, die haben alles versprochen und deshalb wurden sie gewählt. Und am Ende haben sie alles gebrochen. Und deshalb sollte man diese Parteien nicht mehr weg. Und ich kann euch sagen, das ist auch kein Grund, womit ich zulassen, wenn das die unsere Zukunft bestimmen. Und ihr habt es ja das selbe Erlebnis gehabt wie ich, wie wir da nach Graz reingefahren sind, die vielen bunten Plakate gesehen haben, mit Fairness und Gerechtigkeit. Und ich habe mir schon gedacht, in Graz ist der reale Sozialismus ausgebrochen. Nur, wir wissen doch alle, wie absurd das ist. Meine Freundin hat mir den Witz erzählt. Kennt ihr das? Zwei Böcke wollen eine Gärtnerei gründen. Sagt der eine zum anderen, erst, da hat man gute Chancen. Wir wissen doch, wie man die Leute richtig pflanzen kann. Dieser Witz ist ja eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob ihr gestern Radio gehört habt oder ferngeschaut habt. Aber es war eine interessante Diskussion mit dem Schupapa in Strache. Aber beeindruckt es bei euch, wie wir dann auf das Thema Jobschaftsstelle für Billionäre gekommen sind. Also ich war beeindruckt, in welchen Saft der Geraden ist, in welche Emotionen er hat, um mir zu erklären, dass das eine Gemeinheit ist. Wenn auch Millionäre, die erden, einen Beitrag abzuliefern haben, damit wir die Einkommen für die Mittelschicht senken können. Ich war wirklich überrascht und die Aufregung war erheblich. Ich meine, ganz ehrlich, in unserem Alter sagt man sich eigentlich gar nicht mehr so aufregen. Aber ich bin froh, dass er den Unterschied zum Unterschied herausgearbeitet hat. Und wir alle wissen, bevor die FPÖ wirklich die Interessen des kleinen Manns vertritt, wird der Mick Jagger in Spielberg demnächst in Erzsatz und Johann Jodler anstimmen. Und dass wir auch klarstellen müssen, was unsere Verantwortung ist, zu argumentieren, zu erklären, wo unser Land hingeht. Und ich kann euch sagen, ich habe ein paar interessanten Lesestoffen reingezogen in den letzten Tagen. Die Wirtschaftsprogramme von ÖVP und FPÖ. Ich war mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer da jetzt von wem abgeschrieben hat mit diesem Programm. Aber die einen wollen 12 Milliarden Steuererleichterungen, die anderen 15 Milliarden Steuererleichterungen. Ich habe mir schon gedacht, warum schreiben die denn 30 rein? Dann müsste mich keiner mehr Lohn- und Einkommensteuern zahlen. Das wäre doch super praktisch, oder? Aber wie man dann unsere Krankenhäuser, unsere Schulen, unsere Pensionen zahlen, das wissen wir dann nimmer mehr. Aber ist ja egal, weil darum geht es ja ganz offensichtlich nicht. Und das war der ÖVP-Vorbehalt, die sich früher mal Wirtschaftspartei genannt hat. Eine Gegenfinanzierung dieser Milch- und Honigpläne anzunehmen, wo die den Leuten einreden, ja 50 Prozent dessen, was wir da einsparen, bekommen wir durch die Tür wieder hinein, weil die Wirtschaft dann so super florieren wird. Gegenfinanzierung nennt man das Konzept. Ganz ehrlich, ich weiß worüber ich rede, wenn es um Wirtschaft geht und wenn es um Zahlen geht. Aber wenn das ein Wirtschaftsprogramm ist, dann ist Sherry Cotton Heftel eine Weltliteratur. Aber ich brauche euch das nicht schildern. Wir wissen es natürlich, worum es geht. Und es ist doch sonnenklar. Wir wissen, dass jede Geschichte eine zweite Seite hat, die man dazu erzählen muss, wenn man es ehrlich meint, wenn man ernsthaft und aufrichtig argumentiert. Aber was da passiert ist, man zeigt halt nur eine Seite her und übertreibt halt dort gewaltig. Und erklärt die Steuersenkungen, die kommen werden, das Milch- und Honig-Konzept, ohne zu erwähnen, was danach passieren wird. Und ich fand es wirklich interessant, und falls ihr sozusagen eure Wochenendleserlektüre noch nicht besammen habt, dann kauft es euch den Trend, da hat die Chefberaterin der ÖVP ein bemerkenswertes Interview gegeben, die gesagt hat, naja, vor einer Wahl, da darf man nur über Grundsätzliches reden. Die bitteren Billen, die muss man halt nachher verabreichen. Kommt euch das bekannt vor? Witzigerweise ist das genau dieselbe Episode, die schon im Allgemeinen Schüssel am Schuss gesessen ist. Wir haben uns ganz bewusst bei einem anderen Weg entschieden. Wir werden nicht versprechen, was man nicht halten kann. Und das, was wir gesagt haben, das werden wir auch einlösen. Wir haben ein Programm aufgesetzt mit Steuererleichterungen, mit Investitionen in unser Bildungssystem, in die Sicherheit, in unser Gesundheitssystem, in Kinderbetreuungseinrichtungen. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wie wir das Geld finanzieren. Wir haben uns da nicht hinter den Berg gehalten. Wir haben gesagt, ja, wir halten es für richtig, um in unsere Zukunft zu investieren, in die soziale Sicherheit, dass wir die Steuern für die, die arbeiten gehen, senken, die die Einkommen haben, senken, aber dass diejenigen, die Millionen erben, am Beitrag zu zahlen haben. Und wir haben auch klar gesagt, dass wir nicht mehr zulassen, dass sich internationale Großkonzerne in Österreich für die Steuerlast davondrücken, während jede kleine Büschelbude brav in Tribüne abzuliefern hat. Das haben wir gesagt und das bringt natürlich Diskussionen, das gefällt nicht jedem, das ist uns bewusst. Und natürlich geht es in der Politik um Interessen und wenn ihr schaut, wer sich da formiert, wer seine Probleme damit hat, dann ist das eigentlich ein Ordner, den wir mit Stolz tragen sollen. Aber diese Auseinandersetzungen findet man ja nicht nur im Bereich der Wirtschaftspolitik. Und ich habe gesagt, es geht um Weltbilder. Und diese Auseinandersetzung kann man zum Beispiel perfekt nachzeichnen, wenn es um die Frauenpolitik geht. Und wir haben eine Verpflichtung und ein Erbe, weil wir wissen, dass die Gleichstellung der Frau eine Unvollendete ist, dass wir in Österreich hier noch viel zu tun haben. Und genau das ist ja einer der Gründe, warum wir mit unseren Freunden von der Gewerkschaft so hartnäckig für die Erhöhung der Mindestlöhne kämpfen. Weil wir wissen, dass 200.000 Frauen weniger als 1.500 Euro in unserem Land verdienen. Und wir kämpfen für Arbeitsplätze, für ältere Arbeitnehmer, weil wir wissen, dass mehr als ein Drittel der Frauen aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen, mit Langzeitwirkungen für vorn kommen. Und wir wissen, dass es notwendig ist, die Kindererziehung auf die Mindestpensionen anzurechnen, damit auch unsere Frauen in Bürde und Respekt ihr Alter vermitteln. Und jeder, der nur einmal durch unser Land gefahren ist, der weiß, was wir für einen riesen Nachholbedarf haben, wenn es um die ganztägige Betreuung unserer Kinder geht. Da müssen wir viel mehr investieren, konsequent in den Ausbau gehen. Deshalb haben wir auch bei den Ganztagsschulen das Geld aus der Bankmilliarde genommen, um die flächendeckend in Österreich auszuholen, weil auch das den Familien hilft, um letztendlich hier vorhanden zu haben. Wir haben natürlich noch ein wesentlich längeres Programm. Und BEM und die Gabi haben das ja ausführlich vorgestellt, was wir alles vorhaben. Und dann schauen Sie sich noch einmal den Kontrast an zu dem, was jetzt unsere politischen Herausforderer vorschlagen, ÖVP und FPÖ. Ein Ernstes kommt die FPÖ mit dem Uraltkonzept des Familiensplitings im Steuerrecht wieder daher. Das ist ein Projekt, das ausschließlich den Wohlhaben daran in unserem Land dient. Das ist ein Projekt der Unverteilung. 1973 hat das der Bruno Kreisky abgeschafft. Und heute kommen die mit einem Revival mit dieser Idee wieder daher. Weil es ihnen darum geht, dass sie in Wahrheit und Frau wollen, dass sich die Frauen am Heiratsmarkt umtun und nicht am Arbeitsmarkt. Das ist total Rekord. Die ÖVP ist auch nicht viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr die Hektik gemerkt habt, was sie da gestern ausgeboten ist. Die machen ein Wirtschaftsprogramm mit Steuer, Anreize und Zuckerl für Familien. Und kommen dann nach Redaktionsschluss drauf, dass es Alleinerzieherinnen in Österreich gibt. Die vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten. So. Das ist jetzt die Idee, wie ihr nicht als Steuervorteil herankommen. Kleber gedacht denken sie, naja, die sollen dann halt nicht zum Finanzamt gehen, sondern zu ihrem Ex. Und der wird ihnen das Geld schon geben, wenn er die Steuer aus Geld macht. Liebe Freunde, 50.000 Frauen in Österreich sitzen auf Unterhaltsansprüche, die nicht erfüllt werden. Und die ÖVP kommt her und sagt ihnen, schmeckt's, holt euch doch das Geld von denen. Die Lebenswirklichkeit ist schon noch gut, ja. Aber manches lernt man erst, im Reiferein zu starten. Und noch eines ist mir wichtig, weil das im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht. Wenn ihr euch anschaut, welche politischen Diskussionen geführt werden, dann ist das, was wir in Österreich erleben, die beste Umsetzung dessen, was man im Handbuch für den Rechtspopulismus findet. Und einer der Punkte, die da passieren ist, dass diese Parteien, und es gibt ja nicht nur eine, die hier rechtspopulistische Ideen vertritt, versuchen, jeden sozialen Konflikt auf eine nationale Frage der Herkunft zurückzuführen und zu reduzieren. Jedes Problem wird ungedeutet. Schaut euch das mal an. Wört's aufsprachsam zu, lasst euch keinen Sand in die Augen treifen. Wie finanzieren wir die Pflege? Ja, wenn wir weniger Flüchtlinge hätten. Wie schaffen wir mehr Arbeitsplätze? Weniger Flüchtlinge. Wie schaffen wir sichere Pensionen? Weniger Flüchtlinge. Wie bekämpfen wir den Klimawandel? Nein, Entschuldigung. Beim Klimawandel klauen die ja das an die Chinesen. Also, nimm's zurück, nimm's zurück. Aber das ist ein Ablenkungsmanöver. Und es ist wichtig, dass wir solches zu identifizieren. Ja, wir stehen für eine riesige Herausforderung. Und wir müssen diese Migrationsfrage ganz konsequent angehen und die Menschen erwarten von uns Antworten. Wir wissen, wir müssen die illegale Migration auf null reduzieren. Wir wissen, wir müssen dafür sorgen, dass Regeln eigentlich gehalten werden. Und wir wissen aber auch, dass wir hier eine große Integrationsaufgabe für uns haben. Die Alternative muss. Wenn die Menschen sind da, sie sind Teil unserer Welt, sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie werden es bleiben. Und die Frage, die wir zu beantworten haben, ist... Die Frage, die wir zu beantworten haben, ist, ob wir glauben, dass wir die Menschen wegbildern können, ob wir das anständig regeln und dafür sorgen, dass die Deutsch lernen, unsere Werte verstehen, arbeiten können und so rasch es möglich der Gesellschaft was zurückgeben. Weil das ist die Chance, die wir alle miteinander haben, um unser Leben friedlich und den sozialen Zusammenhalt hinzukriegen. Und dann kommt ein beliebtes Rechtspopulismus-Muster bei der Gelegenheit auch immer zu anwenden. Dann werden Äpfel mit Birnen verglichen. Hier zum Beispiel der Mindestpensionist mit einem Mindestsicherungsbezieher. Und dann werden Sündenböcke geschaffen. Und dann wird dem Menschen eingeredet, du hast zu wenig, weil der ja so viel hat. Und wir sind ja auch der Meinung, wer arbeitet, soll mehr haben, wie jemand, der nicht arbeitet. Aber unsere Strategie und unser Ziel war noch nicht, die Armen dafür zu bestrafen, dass sie arm sind, sondern dafür zu sorgen, dass alle vom Wohlstand profitieren. Und das bedeutet... Das bedeutet, wir müssen die Einkommen stärken, wir müssen an den Mindestlöhnen arbeiten, wir müssen ein Steuersystem aufsetzen, das diesen Menschen tatsächlich weiterhelfen. Und wir müssen für sichere Arbeitsmarkt. Das ist das Konzept, das unterscheidet uns. Das ist der Unterschied zwischen der Hoffnung und der Zuversicht und den Ängsten und den Sorgen, die den Menschen hier gemacht werden und eingeredet werden. Ohne, dass jemals jemand daran denkt, auch nur wirklich das Problem zu lösen. Weil da wird monatelang der Mond angeheucht, da werden permanent Schlagzeilen produziert. Aber wo sind denn bitte die Lösungen? Und das ist keine Verantwortung. Und dazu stehe ich, dass wir ganz bewusst an diesen Dingen zu arbeiten haben, weil die Menschen von uns Lösungen erwarten. Und so werden wir es machen, auch wenn uns das in den Umfragen den einen oder anderen Prozent kostet. Liebe Freunde, Österreich ist ein Erfolgsmodell. Es ist ein herausragendes Erfolgsmodell. Wir haben gemeinsam viel erreicht in diesem Land. Und wir sind die Generationen, die vor uns dieses Land zugebaut haben, zu Dank verpflichtet. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass Österreich erfolgreich bleibt. Und zwar nicht nur in den nächsten zwei oder drei Jahren, sondern unsere Perspektive muss eine längerfristige sein. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Land auch in zehn oder zwanzig Jahren erfolgreich ist. Und wenn wir das tun, dann müssen wir uns auch den Veränderungen stellen und diese mit Verantwortung gestalten. Und die Veränderungen sind erheblich. Wir wissen, dass die Globalisierung, die Digitalisierung, auch der Klimawandel eine unglaubliche Beschleunigung dieser Veränderungen bringen. Und wir Sozialdemokraten sind immer dann stark gewesen, weil wir uns an die Spitze der Veränderung gestellt haben. Nicht, wenn wir die Augen verschlossen haben. Nicht, wenn wir geglaubt haben, wir können das alles aufhalten. Sondern wenn wir gefragt haben, wie können wir diese Veränderung auf dem Fundament unserer sozialdemokratischen Werte gestalten. Und das ist auch das, was wir in Zukunft zu tun haben. Und genau darum geht es in dem Plan A in unserem Wahlprogramm, wo wir ganz transparent, ganz offen dargelegt haben, was wir vorhaben. Das kann jeder vergleichen, da kann sich jeder ein Bild machen. Und was mir dabei wichtig ist, ist, dass wir in Österreich gestalten, wo es nicht darum geht, dass wir billiger werden. Ein Land werden, das auf billige Löhne setzt, auf niedrige Sozialstandards, auf niedrigere Ökostandards. Sondern unser Ziel kann nur sein und unsere Strategie muss sein, wir müssen besser werden. Und wenn wir besser werden wollen, dann gibt es zwei entscheidende Punkte. Das eine ist unser Bildungssystem. Ein Steuersystem kann man wähler die Frau ausprobieren, das kann uns bald einer nachmachen. Aber das beste Bildungssystem und die beste Bildung für unsere Kinder, das ist etwas, was uns nachhaltig bleibt. Und deswegen müssen wir das bauen. Das müssen wir umfassend sehen. Denn wir haben uns dazu bekannt, dass wir ganz bewusst schon im Kindergarten ansetzen, hier mehr Geld in die Hand nehmen wollen, um die Bildungskarrieren unserer Kinder von frühesten Kindesbeinen an zu fördern. Und wir wissen auch, dass wir in Österreich Stärken haben, die wir ausbauen müssen. Die Lehrausbildung zum Beispiel. Ich war letztens mit Lehrlingen zusammen, ich war unglaublich stolz, wie begeistert die waren auf das, was sie machen und was sie leisten. Und das Faszinierende daran ist, diese Begeisterung, davon brauchen wir mehr, wir müssen die ermuntern, wir müssen den Rücken stärken. Und das werden wir machen, indem wir in Zukunft für den Lehrling, der genauso viel Geld ausgeben wird, wie für einen Gymnasiasten zum Beispiel. Das ist wichtig. Und weil sich die Herausforderungen ändern, müssen wir in die Zukunft denken. weitermachen und uns auch fragen, was Bruno Kreisky in unserer Situation getan hätte. Ich weiß noch sehr gut, ich bin der Erste gewesen in unserer Familie, der die gratis Schulbücher genossen hat. Das war ein irrsinniger Antrieb für mich. Ich war unglaublich stolz, wie ich die hatte. Ich weiß noch, meine Schwester, die hat damals noch in diesen alten Schulbüchern umgekritzelt, wo jede zweite Seite angeschmiert war und jede dritte Seite gefehlt hat. Ich war unglaublich stolz und es war eine Motivation zu lernen. Und wir wissen, dass dieses Thema Ungleichheit im Bildungssystem immer noch ein großes ist. Und dass es davon abhängt, ob man in eine Familie hineingeboren ist, die ein hohes Bildungsniveau hat, das sich das dann verärbt. Und wenn man Pech gehabt hat und es ist anders, dann hat man weniger Chance. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das bekämpfen müssen. Weil ich das selber so erlebt habe. Ich weiß noch gut, wie ich in der Volksschule gewesen bin und dass es darum gegangen ist, ins Gymnasium zu gehen. Da war meine Volksschulelehrerin damals der Meinung, naja, dieses Kind wird sich schwer tun. Ich habe damals noch zwei ein Schreiben gehabt und noch zwei in einem anderen Gegenstand. Also turnen, was sicher nicht, schließe ich aus. Genau weiß ich es nicht mehr mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber das war so. Und damals habe ich so einen langen Brief an meine Mutter und habe gesagt, hat keinen Sinn. Das Kind wird das Gymnasium nicht schaffen. Bei meiner Klassenkollegen, bei der Tochter der größten Gärtnerei in Simmering, war es natürlich klar, dass die ins Gymnasium gehen kann. Obwohl die auch nicht besser gelernt hat. Und beim Sohn des Landwirtschaftskammerbezirksfunktionärs war es auch logisch, dass der dort hingeht. Simmering ist ein Bezirk, der viel Landwirtschaft hat, für die Kollegen aus den Bundesländern, über 1000 Menschen leben vor der Gärtnerei dort. So war das. Und ich weiß noch gut, meine Mutter hat sich auf die Hinterbeine gestellt und dafür gesorgt, dass ich diese Chance bekomme. Was lerne. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Und eines Tages bin ich in meinem Büro bei der ÖBB gesessen und war dort Vorstandsvorsitzender mit Sitz in diesem Turm ganz oben. Arbeite konsequent und konzentriert an meinen Terminen. Dann läutet das Telefon. Und meine Assistentin sagt mir, du, da ist eine Frau beim Portier, die möchte zu dir kommen. Und das ist eine ehemalige Volksschullehrerin. Und, naja, ich habe mich gefreut, muss ich schon sagen. Das ist eine ältere Dame geworden und ich bin ein höflicher Mensch. Und die kommt dann in mein Büro, Freude strahlt und ähnlich froh wie ich mit einem Dörtchen in der Hand. Ich habe das Dörtchen dann aufgeessen, meine Höflichkeit. Aber die kommt rein in mein Büro, strahlt mich an und sagt, Herr Kern, ich habe es immer schon gewusst, Sie waren immer schon mein bester Schüler. Was lernt man daraus? Wenn du das Kind eines Taxifahrers bist, schaut es mit deiner Bildungskarriere mittels super aus. Aber wenn du Bundeskanzler bist, dann bist du ein promovierter Raketenwissenschaftler aus dem Staat. Und genau deshalb bleiben wir die Digitalisierung in den Schulen weit. Und genau deshalb sind wir dafür, dass wir unsere Lehrer befähigen, neue Unterrichtsmethoden anzunehmen. Und dafür zu sorgen, dass unsere Kinder, so wie 1973 ich das gratis Schulbuch bekommen habe, die heute Tablets und Laptops zur Verfügung gestellt bekommen. Und da steckt kein Gedanke dahinter, der war sehr wichtig. Wir können uns nicht leisten, auch nur ein Kind und sein Potenzial zu verlieren. Und genauso ist es mit der Innovation. Wir müssen auch das vorantreiben. Österreich ist ein Land, das von unglaublichem Erfindergeist geprägt hat, das uns stark gemacht hat, das wir innovativ waren. Die Kappler-Turbine ist hier erfunden worden. Die Grundlagen der Quantenphysik sind hier erfunden worden. Und der Mathematiker Gödel hat die Voraussetzungen geliefert für die Algorithmen, mit denen wir uns heute auf Facebook, Google und Co. herumschlagen. Das sind alles österreichische Erfindungen. Und ich möchte, dass diese Geschichte weitergeht, weil sie so wichtig ist für unseren Erfolg. Aber weil sie auch so wichtig ist, um unseren Jungen zu zeigen, Österreich ist das Land, wo die Zukunft passiert, wo du alle Chancen hast. Österreich ist das Land, wo wir daran forschen, dass Krebs eine heilbare Krankheit wird, dass die Mikrochips in den Smartphones funktionieren. Und Österreich ist das Land, wo die ersten Elektro-LKWs in Serie befertigt werden. Das ist wichtig. Wenn wir unser Programm anfangen, dann sehen wir, es ist ein Programm der Modernisierung, es ist ein Programm, um den Erfolg zu sichern, Österreich stärker zu machen. Aber es ist auch ein Programm der sozialen Sicherheit. Weil eine stabile Pensionsversorgung, eine Pflege, die funktioniert, ein Gesundheitssystem, das auf Top-Niveau bleibt, das sind alles sozialdemokratische Anliegen, die wir verkörpern und für die wir auch in dieser Wahlbewegung mit Konsequenz eintreten werden. Es geht um wirtschaftliche Verantwortung kombiniert mit sozialer Sicherheit. Und wenn wir die großen Herausforderungen uns anschauen, dann muss uns auch bewusst sein, dass viele der Herausforderungen wir nicht in Österreich alleine lösen können, dass wir ein starkes Österreich nur in einem starken Europarau werden. Und deshalb brauchen wir auch wieder eine aktive Außenpolitik. Und wir müssen um unsere Position in Europa ringen und dafür sorgen, dass wir hier eine Rolle spielen, dass wir am Tisch sitzen, wenn Europa gestaltet wird und in Zukunft gestaltet wird. Ich habe ein Problem, wenn wir erleben, dass wir uns plötzlich auf der Seite jener in Europa finden, die ein merkwürdiges Demokratieverständnis haben. Die Organisierung, die da stattfindet, das ist etwas mit dem, wo wir mit der Entschiedenheit entgegenzutreten haben. Und wir müssen uns in Europa nicht am Katzendisch wiederfinden. Wir müssen aktiv gestalten. Und ich bin davon überzeugt, alle Fragen, egal ob die Sicherheit, Migration ist oder die Wirtschaftspolitik, können wir nur in Europa nachhaltig sein. Und deshalb müssen wir uns auch dazu bekennen, dass wir dieses Europa verändern wollen. Wir stehen zu Europa, aber dieses Europa muss sich auch den Realitäten anpassen. Dieses Europa darf kein Europa der Märkte sein. Es muss wieder ein Europa der Menschen werden. Und ich weiß, dass mit mir viele Glückwunschpartner, mit Emmanuel Macron, mit Cetiloni, mit Löfven in Schweden, die sozialdemokratische Idee in Europa lebt und wir werden sie mit Konsequenz weitertragen. Und das Ziel wird sein, Europa tatsächlich zu stärken. Und wir brauchen das, weil wir wissen, Europa muss aktiver die Zukunft gestalten. Wir wissen, dass wir die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, dass die nicht ausreichen, um das ursprüngliche Versprechen nach Frieden und Wohlstand zu sichern. Europa muss sich dazu bekennen, dass es eben nicht nur darum geht, die staatlichen Defizite zu begrenzen oder Inflation zu bekämpfen. Europa muss sich aktiv dazu bekennen, dass wir auch Arbeitslosigkeit bekämpfen müssen. Dass wir dafür sorgen, dass das genug investiert wird im Sinne des Wohlstands der zukünftigen Generationen. Deshalb brauchen wir eine aktive pro-europäische Wirtschaftspolitik, eine gestärkte. Wir müssen mehr zusammen machen. Weil ich sage euch das, wenn es in einzelnen Ländern in Europa eine Jugendarbeitslosigkeit von 40% gibt, dann berührt uns das auch. Weil dieser Kontinent kann nicht stabil sein, weil so viele Jugendliche keine Perspektive haben. Und deshalb müssen wir in unserem ureigensten Interesse für diese soziale europäische Politik eintreten. Wir werden das auch einfordern, wenn es um die Steuerpolitik geht. Weil mangelnde Solidarität ist ein Vorwurf, den man gerade bei der Steuerpolitik erheben muss. Es kann nicht sein, dass einzelne Länder in Europa ihr Geschäft daraus machen, dass in anderen keine Steuern bezahlt werden. Dass Apple in Irland eine Steuerrechnung von 13 Milliarden hat und das ignoriert wird. Weil das sind Steuermittel, die uns hier fehlen. Und deshalb werden wir hier ganz entschieden, diese Bündnisse suchen, um auch dieses Problem zu bekämpfen. Und dasselbe geht für die Migrationspolitik. Wir brauchen ein solidarisches Europa, nicht nur wenn es um Steuerpolitik geht, sondern auch wenn es um Migrationspolitik geht. Ihr habt gestern das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gehört. Es ging um die Verteilung der Flüchtlinge. Und in der Tat, wir brauchen hier mehr europäische Solidarität. Wir brauchen hier ein europäisches Asylsystem. Und wir werden die daran erinnern müssen, dass man Solidarität nicht nur dann leben kann, wenn es um Milliarden Zuschüsse für das eigene Budget geht, sondern Europa muss man auch leben, wenn man Verpflichtungen zu übernehmen hat. Und dafür werden wir einsteigen. Auch im Bewusstsein, dass unser Europa keine Gewinn- und Verlustrechnung ist, sondern ein Projekt sein muss, dass darauf bewut, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, dass uns Demokratie, dass uns Rechtsstaat, dass uns die Menschenrechte wichtig sind und Leidsterne sind. Und das ist auch das Problem, das wir haben im Umgang mit der Türkei, weil auch hier geht es darum, glauben wir an unsere Werte, sind wir bereit für die aufzustehen und sie zu verteidigen. Und wir können nicht zulassen, dass es hier zu einer permanenten Erosion kommt. Und deshalb haben wir die Verpflichtung, auch Klartext zu reden, wenn es um die Beziehungen zu solchen Ländern geht und uns dafür zu verwenden, unser Wertefundament zu vertreten. Weil ich davon überzeugt bin, dass Europa eine leuchtende Stadt auf einem Hügel sein muss und nicht im nationalistischen Sumpf versinken darf. Liebe Freunde und Freunde, genau das ist das, was wir anbieten können. Es gibt in der Politik keine Patentrezepte, keine einfachen Lösungen. Es gibt nur einen Plan, konsequente Umsetzung und einen Wertekompass, der einander beleidigt ist. Wir werden nicht auf die Plakate setzen und auf die schrillen Slogans und auf haltlose Versprechen. Sondern unser Ziel ist es, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, ein Programm zu entwickeln, das auf dem Boden der Sorgen der Menschen tatsächlich steht. Und dazu gehört auch ganz klar zu sagen, ja, wenn die schnelle Lösungen, dann einfache Antworten, simple Rezepte sucht, dann seid ihr vielleicht bei anderen besser aufgehoben. Aber mir geht es darum, dass wir unsere Verantwortung wirklich wahrnehmen und auch tatsächlich leben. Und in den letzten Monaten bin ich oft gefragt worden, von Journalisten im Besonderen, warum haben sie eigentlich nicht früher Neuwahlen vom Zaun gebrochen? Das wäre doch taktisch für die SPÖ sehr vorteilhaft gewesen. Ihr habt gute Umfragewerte gehabt, die waren besser als jetzt. Das wäre doch gescheit gewesen. Aber ehrlich gesagt, das ist eine Art von Logik, die ich überhaupt nicht vertrete. Weil wir haben ein Wirtschaftsprogramm aufgesetzt, das ja voll gezeigt. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, die Einkommen werden gestärkt. Wir haben viele Probleme konsequent angegangen. Und in einer solchen Situation hat man als Bundeskanzler nicht zu fragen, was nützt der eigenen Partei und meinem eigenen Interesse. Sondern da geht es um Österreich. Und ich kann euch sagen, der Grundsatz, den ich lebe, ist mit Österreich. Vielen Dank. Ich habe in meinem Leben gelernt, was es bedeutet, diese Verantwortung zu übernehmen. Dass ich für 42.000 Menschen zuständig war, ihre Familien, ihr Fortkommen. In der Familie, mit den Kindern, die Verpflichtung gegenüber den Älteren, den Eltern. Da muss man da sein, wenn es darauf ankommt. Und Verantwortung übernehmen, sagen viele ganz locker und leicht. Aber Verantwortung übernehmen heißt, dass man diese Verantwortung auch akzeptiert, nicht nur bei Sonnenschein, wenn es leicht ist. Sondern auch wenn einem der Wind entgegenbläst, wenn es unangenehm ist, wenn es den eigenen Interessen nicht nützt. Das ist mein Bild von Verantwortung. Und das ist mein Bild von Verlässlichkeit, auf das sich die Österreicher und Österreicherinnen tatsächlich verlassen können. In den letzten Wochen habe ich viele beeindruckende Gespräche und Erlebnisse gehabt und einen großartigen Eindruck von den Möglichkeiten in unserem Land bestätigt bekommen. Einer der Dinge, die mich am meisten beeindruckt hat, war, als ich durchs Land gefahren bin und dann in den Bezirken gewesen bin, wo die Unwetter so viel Zerstörung gebracht haben. In der Steiermark war das. In Kärnten. Auch in Salzburg. Und ihr müsst euch das vorstellen, was da passiert. Das sind Menschen, die haben ein Leben lang ihr Haus gepflegt. Schöne Blumenkistern vielleicht auf den Balkonen. Das Haus vielleicht selber aufgebaut. Ziegel für Ziegel mit den Nachbarn, die mitgeholfen haben. Und dann geht so eine Mure runter, dann kommt eine riesige Überschwemmung. Und alles ist zerstört. Ein ganzes Leben, das man sich aufgebaut hat. Weil ihr könnt euch ausmalen, wie verzweifelt diese Menschen, die da betroffen sind. Von diesen Katastrophen sind. Wie entsetzt die sind. Und in dieser Situation sind die Menschen in Kärnten in der Steiermark und in Salzburg zusammengestammt. Die freiwilligen Helfer, die Feuerwehr, die Bergrettung, die Rettung, die Polizei, das Bundeswehr, sind gekommen und haben geholfen. Mitten in der Nacht. Teilweise haben sie eigenen Urlaub dafür verbraucht. Haben nicht gefragt, hilft mir das? Sondern das Einzige, was die interessiert hat, war, ich bin da und helfe, wenn es auf anderen kommt. Und das ist das, was unser Land so großartig macht. Und genau darum geht es mir, wenn ich davon rede, wir müssen ein Land sein, das die Hoffnung wehrt. Ein Land sein, das groß und selbstbewusst ist und nicht klein und wenigstlich. Ein Land, das patriotisch ist und nicht-chauvinistisch und nationalistisch. Und wir wissen, dass wir darüber harte Auseinandersetzungen zu führen haben. Aber ich bin der Meinung, wir haben uns das Richtige vorgenommen. Und dafür werden wir auch kämpfen. Vielleicht werden wir nicht alles durchsetzen können. Und es wird viele Widerstände geben. Das ist mir bewusst. Aber ich garantiere euch, wir werden dafür kämpfen, dass dieses Bild von Österreich Realität wird. Und das ist auch der Grund, warum ich den Führungsanspruch für die Sozialdemokratie erhebe. Weil ich möchte mit euch unser Land in die Zukunft führen. Und weil ich davon überzeugt bin, dass wir die Dinge zum Besseren wenden können, ist es für mich auch entscheidend, dass wir die Regierung anführen. Und ich kann euch eins sagen, der Machterhalt, die Jobs, ein paar warme Sessel interessieren mich null. Und ich bin auch nicht bereit, dass wir dafür Grundsätze und unsere Überlegungen über Bord werfen. Wir haben immer das Verständnis gehabt, dass wir an die Macht wollten und in die Verwaltung wollten, um die Welt zu verbessern und nicht, dass Macht und Verwaltung schon ein Selbstzweck sind. Und genau so werden wir diese Wahl auseinandersetzung führen, im Wissen und im Bewusstsein, dass wir in der Lage sind, dieses Land anzuführen und die Dinge in Lebensverhältnissen der Menschen ganz konkret zum Besserrecht zu beeinflussen. Meine lieben Freunde, in den nächsten Wochen geht es darum, dass ich eure Unterstützung dafür brauche. Weil das ist nicht mein Kampf, das ist euer Kampf. Das ist unsere gemeinsame Auseinandersetzung für die Zukunft dieses Landes. Und dafür müssen wir zusammenstehen. Am Anfang dieses Österreichs, dieser großartigen Geschichte der Zweiten Republik, ist ein Satz von Leopold Vielgeschnall, der die Österreicher und Österreicherinnen aufgefordert hat und gesagt hat, glaubt an dieses Österreich. Und es war genau dieser Glaube, der uns stark gemacht hat. Es war dieser Glaube, auf den Bruno Kreis gevertraut hat, als er Österreich in ein modernes und soziales Land verwandelt hat. Und es war dieser Glaube, auf den Franz Warnitzki vertraut hat, als er Österreich nach Europa geführt hat. Und es war dieser Glaube, für den meine Eltern gelebt haben und dafür gesorgt haben, dass ihr österreichischer Traum erfüllt werden kann. Dass es unseren Kindern eines Tages besser geht als ihnen selbst. Und dass jeder seinen Anteil am Erfolge bekommt. Ich möchte jetzt im Abschluss noch ein letztes Erlebnis erzählen. Ich habe das schon erwähnt. Ich habe in den letzten Tagen viele Lehrlinge getroffen, mir ganz bewusst angeschaut, wie die ausgebildet werden. Was nennen ihr Zukunftsbildes? Woran sie glauben? Woran sie, wofür sie bereit sind aufzustehen, wofür sie einstehen. Und eine der spannendsten Diskussionen habe ich in Jembach gehabt, in Tirol, im General Electric Werkwerk. Da waren so eine Gruppe Lehrlinge, die bilden 100 aus, wo das vorbildlich geben den Jungen eine Perspektive. Und das war eine angeregte Diskussion. Und ich war ganz überrascht, wie engagiert und wie informiert die jungen Leute gewesen sind über Politik. Und einer hat mich dann schlussendlich gefragt, wie er denn eigentlich wählen soll. Und warum er mich zum Beispiel wählen sollte. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich nicht abgehalten davon, SPÖ zu wählen. Aber der Punkt war ein anderer. Ich habe ihm gesagt, du, das Entscheidende ist, dass du verstehst, dass du die Zukunft bist. Und am Ende ist es wichtig, dass du an Österreich glaubst. Weil mir geht es nicht darum, dass mein Lebenstraum erfüllt wird. Ich habe so viel Glück in diesem Land gehabt. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Mir geht es darum, dass ihr euren Traum leben könnt. Und genau darum geht es auch mit dieser Richtungsentscheidung, die vor uns steht. Dass die vielen die Chance bekommen, ihre Träume zu realisieren und eben nicht nur die wenigen. Und das ist dieser österreichische Weg. Dass wir wissen, dass wir gemeinsam und miteinander einfach weiterkommen. Und dafür werden wir. Dafür werden wir in den nächsten Wochen argumentieren. Dafür werden wir brennen. Dafür werden wir rennen. Dafür werden wir versuchen zu überzeugen. Weil es darum geht, in unserem Land, dass alle ihren österreichischen Traum realisieren können. Und darum bitte ich euch wirklich aus tiefer Überzeugung, glaubt an unser Österreich und glaubt an seine Zukunft. Freundschaft. Und das ist mein Thema. Das ist für euch ein paar Vorschläge, Christian Kerl! If you liked this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.